Das sind zwei ganz wesentliche Sachen, die Sie überhaupt nicht vergessen dürfen. Das Wichtigste ist natürlich die Ergänzung Ihrer Krankenversicherung. Das müssen Sie privat abschließen, das sollten Sie unbedingt tun. Und dann gibt es etwas, das heißt Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Die brauchen Sie, weil Sie in den ersten fünf Jahren nicht abgesichert sind durch den Staat. Also die beiden wesentlichen Punkte, Dienst- und Fähigkeiten, das Wichtigste, die Krankenversicherung.